Oh, damit willkommen zu einer weiteren Aufnahme in Minecraft mit Marcy, Chi, Schwer, R.O.B., Blacky und mir in dem Termidude. So. Oh. Hier haben wir unsere Delfine reingeführt. Oh, die Walten auch. Ist ja voll pervers. Ich weiß nicht. Lass mal offen. Chi, komm hier rein. Chi. Chi. Ey, wo sind Ferge und Walty rum? Ähm, irgendwo. Hast du ja nicht was gesagt von wegen Schifter jetzt so? Hallo, ich stecke fest. Ferge, Walty rum, wo seid ihr? Hallo. Du bist schon da, ich suche die Delfine. Warum sterbe ich hier nicht? Weil da unten so eine komische Maschine ist. Ich schaue, ob die Delfine bei mir irgendwie hochgeschwommen sind. Guck mal, mach dich hier drin. Das ist jetzt super ärgerlich. Das wäre krass. Könnt ihr mal die Wände durchsuchen, überall wo so Öffnungen sind, ob da hier drin sind? Ja, mach ich. Weil sonst wären die relativ schnell gestorben, ehrlich gesagt. Ich glaube, die sind tot. Ich höre die nämlich auch nicht. Ich sehe bloß Fische. Schon mehr, was das mit den Schatz Delfinen gemacht hat. Echt? Hm. Nicht das jetzt bei mir noch Farben sind? Das wäre irgendwie schon. Aber... Ne, sind sie nicht. Warte mal, brauchen Delfine Luft mit dem Spiel? Also müssen wir ihn wieder aufhauen. Aber es kommt wieder ja oben noch. Und du, oder was? Wie, die brauchen Luft? Er drängt. Das habe ich so nicht gedacht. Sollte die wirklich in dem Spiel Luft, das glaube ich fast. Es ist krass, wie dunkel das passt. Du warst die Biologe, ne? Ja, aber in dem Spiel hier. Das ist eine andere Frage. Ja, in der Ohne? Ja, das müssen wir extra programmieren, als ob die das gemacht haben. Ja, scheinbar schon. Scheiße! Irgendwo hier verschanzt... Oh, hier ist... Muss es mal... Ding ist ein... Hallo, Mama! Verge und Waldigung verstecken sich schon wieder. Ja, schlimm, oder? Ich finde das nicht okay. Mann, ich wollte jetzt hier durch die Gegend chatten, wie so eine geile Furzrakete unter Wasser. Dann sind die immer weg. Also, im Wasser können Delfine nur überleben, wenn sie alle vier Minuten Luft holen können. Ja, sag ich doch. Weil es dir das sogar möglich wäre. Aber... Was heißt, die haben keinen Effekt von diesem Schmöckendörben hier? Nö... Hey, ist das Huhn? Ich habe den gefangenen Händler gefunden. Ich habe das Huhn gefunden. Aber die hätten ja Luft holen können. Die hätten ja nur müssen. Die hätten ja nur müssen. Hier, Luft. Ach, die sind so doof. Ich hole neue. Das ist das für eine lustige Maschine. Warum steht die so schön in der Mitte? Weil die... Weil die... Weil die dafür sorgt, dass du atmen kannst und hier auch überhaupt so viel siehst, sonst wäre es hier stockdunkel. Was ist das für ein Ding in der Mitte? Das sieht aus wie das... Acharisat. Mini Auge von Sauron. Geben dir an, dass man so ein Herz schlagen. Das ist aber das Mini Auge vom Feuchten Sauron. Ja. Ja. Herzschlag. Ja. Ey, das ist ja voll pervers. Mini Auge von Sauron. Der feuchte kleine Bruder von Sauron. Du schaust dich auch immer an, wo du hingehst. Ja. Aber mehr. Und jetzt sieht es mich nicht mehr an. Glaubst du, siehst du... Bei mir wird es irgendwie komisch dargestellt. Textur im Arsch. Aber dein Händler, den habe ich schon gefunden. Ja. Dann müssen wir für die Delfine halt oben irgendwie noch mehr Luft da lassen und nicht komplett hoch machen. Willst du kurz ein bisschen aufbauen, weil vielleicht habe ich schon ne neun. Hat auch mehr weh zu tun. Ja, man soll jetzt mindestens ein, zwei Blöcke hier oben Luft lassen. Oh Gott, das sieht ja richtig schrecklich aus, wie ich da Chi durch alles leuchten lasse. Ich geb's dir ja sogar einen Platz, aber ja. Leuchtet Chi. Ich habe jetzt keinen Nebentag gerade. Das ist okay. Er heißt Anusstulpen. Gib mir Leine Anusstulpen. Er stirbt eh gleich. Was muss er denn? Komm Anusstulpen, wir schwimmen um die Welt. Hihihi. 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 Fische erschrecken. Ich habe gerade Kohle bekommen. Ja, komisch. Achso, ja warte. Der spielt damit. Der spielt doch immer mit losen Sachen. Los, Elfino. Wiii. Alles stunden. Schwer, brauchst du Hilfe. Boah, ich bin so scheiße schwer mit dem Ding. Was hast du vor? Also nur hier diese zwei, drei in eine Richtung. Das hier halt, ähm, ja. Das hier lofen müssen. Ah, die Decke ist doch hässlich. Ja, die wird sowieso noch, also wer arbeitet. Aber hier erstmal. Was ist, wenn da jetzt eine Höhle ist und Lava reinfließt? Da kann keine Lava sein, das ist ja auf Ding Ebene. Und ich habe da ja gebaut. So. Hm. Schön hier. Ich weiß, danke. Ich habe geholfen. Ich auch. Das Quarz ist von mir. Ne, das gehört doch schwer. Ich habe keine Ahnung, was das Quarz ist. Ist blau da unten? Das weiße. Das weiße. Das war so über alles eigentlich. Uh. Das blaue ist auch von mir, weil ich den Teppel aufgemacht habe. Äh, das stimmt nicht. Das blaue, das habe ich da vorschauen. Nein, lüg doch nicht. Da hast du hier noch nie drin gewaschen. Das war schon alles ausgebaut. Das blaue von dir, das habe ich noch. Das muss ich auch noch schauen, wie ich es verarbeite. Jetzt muss halt irgendwann jemand den Delfin jetzt vielleicht einen Namen geben. Kann ich nicht. Ich erst recht nicht. Ich habe keinen Amboss mit. Ich habe einen Amboss mit. Wow, 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 SP, wieder schnell! Ich hab kein Name-Tag mit. Alter, das sind Probleme. Du hast doch mal welche. Schon wieder, wo sind die denn? Die Name-Tags? Gut, dass der in Ruhe schwimmen kann, ey. Ender-Chest ist unpraktisch. Hallo, Marcy. Ich hol mal eine raus, aber nein, ich will doch... Hier ist es Marcy. Lass uns erstmal hier oben alle zusammen, die so scheiße gehen. Ja, ich helf ja grad. Marcy, sing halt nicht. Ich komm nicht mehr wieder raus. Marcy, ich weiß... Wo bist denn du? Ja, Marcy. Schubel, komm mal! OBS ist bei mir jetzt zweimal gecrashed. Guck mal, Schubel, hier. Du machst natürlich eine Feder-Meldung. Gamer, App-Data, Rooming... Hallo! Studio-Crash. Ja, der hat so gesagt, dass das ein Crash gab, ne? Hast du jetzt mal neu gestartet? Hast du deine Grafikkarten 3 Mark qualisiert? Nein, noch mal neu. Dann kannst du mal PC noch starten, schauen, ob es nochmal crasht. Wo ist Marcy? Komm, ich zeig dir, wo es rausgeht. Du kannst nichts anfangen, wie ich es schicke, ne? Das hilft mir vermutlich nicht weiter. Okay, also... Ich weiß nicht, ob da auch so schön was wichtig ist. Oh, die hast du jetzt auch gemacht. Ich kann's ja einfach mal schicken, aber ich glaube... Also, an Sicht der Sache wird sich nichts ändern. Wir haben wohl zu PC wahrscheinlich neu schlagen, ne? Hallo, Rocky! Ja, weißt du was? Schickt das Rocky, und der soll dir sagen, was falsch ist. Ja, weiß der das Ding? Weiß nicht, der kann vermutlich, äh... Was auch nicht. Ach so. Er läuft nicht! Okay, Herr Frei, aber auch wieder viel Spaß. Ich verfolge jetzt Chi und gucke, ob sie heimfindet. Ich auch, das ist lustig. Wo ist Chi? Die Viecher sind derby dumm, also... Der hat ja in vielen versucht, grad Luft zu finden und... Also so derby dumm ist Chi jetzt auch nicht, die finden sich schon irgendwann heim. Hey! Könntest du ihm vielleicht helfen und hier Platz machen? Der ist jetzt verreckter. Er kratzt ab. Komm, Chi, ich hab hier extra Absprung-Plattform. Komm, komm, komm. Also, es darf... Wenn an der Decke irgendwo was ist, wo er nicht hochkommt... Ich war hier nur schon lang nicht mehr... Der fliegt... Der fliegt nicht... Der fliegt nicht eben dran hin, wo frei ist. Die Decke muss komplett... Oben einmal... Machen wir was? Offen... Einblock müssen es offen sein. In zwei Blöcke machen wir was. Sehr gut. Ähm... Und hier müssen die Tür sein? Ja, klar. Und wenn du jetzt hier entlang fliegst, dann kommt da gleich mal in die Mauer. Ich bin schwer in Hessen. Und dahinter ist eigentlich dein Baum. In die Richtung. Also da ist schon mal dein Haus. Ah, da, von meinem Haus aus ist es so riesig. Siehste dann bei Chi auch mal ein bisschen draußen? Ja. Frischlauft. Bisschen Auslauf für Chi. Vielleicht mal hier ein paar Blümchen mitnehmen? Und jetzt schieße ich sie tot. Also wer weiß vor. Okay. Ist ja kein Arsch. Ich will das machen. Wo ist Chi? Äh... Die ist grad... Tiefer nach lang. Ich will essen. Ich hab ihr gegessen. Ich will auch essen. Ich hab auch Burger. Ich hab auch Burger. Okay, ich hab Burger. Oh, geil. Boah, leider nicht so groß. Ich hab auch Burger King. Doppelte Cheeseburger. Vier Stück. Achso, Chi, warte mal. Ich hab voll die smarte Idee tatsächlich. Komm mal her. Ich geb dir einfach einen davon, dann bist du zu Hause. Brauch ich jetzt auch nicht mehr. Ich hab genug Raketen. Dann erschieße ich dich. Begeistert. Bist nicht um Hure. Ja. Du hast aber nicht lange hier gebrannt. Du hast aber was der Schulter. Blackie plus Pizza, größer Schwert. Naa, es geht gar nicht. Weil Blackie hat erstens mal keine Pizza gerade. Was soll der ja keine Pizza haben? Pizza hab ich auch. Ja, aber richtig. Nicht vor dir zum Essen. Ja, vor mir ist mein Laptop, den kann ich gleich essen. Dann, ich hab noch Instant Ramen. Ich auch. Ich hab Bueno. Ich hab Instant-Chi. Bueno. Ich will Instant-Chi. Yo. Nein. Du. Nein. oh-oh-oh-oh-oh. Wusschalk-kackes. Eiste-Deal. Hm? Was sollst du hier? I can. I can steal. I can steal. I can clown. I can fack'n wie ne Saw. Guck. So, wunderschön. auch aufgewertet und dann war es das für meine aufnahme ganze stunde weil ich träumen heute habe ich dir fische geschenkt du braucht es das so was habe ich jetzt hier alles hatte das habe ich gemacht dann sollte ich nicht auf dich schießen das ist nicht länger an das ist nicht zwei hoch hier ist gerade nur einer hoch oder ja das ist natürlich von der der lösste ist dieser lande ist das natürlich genau wie war ich daran okay kann ich nicht g du hast dreck in deinem haus ist korrekt eine drecketage sein sollte man reingucken kann das soll ihr hotel repräsentieren es ist kein hotel das ist kein hotel ist ein wohnblock das ist aber jetzt aber keines anschein musik leider die war erst ich habe das hier tatsächlich so gemacht weil ich ans anschein dabei gedacht hat dann diese eine also so was was es bé